Guten Morgen aus L.A. Ja, wir sind hier noch in unserem kleinen Motelzimmer, wirklich sehr süß. Ich blinde euch das Bild mal ein. Ich habe es gestern dann hier, als wir reingegangen sind, fotografiert, da war es noch ordentlich. Jetzt haben wir natürlich uns hier ausgebreitelt. Ja, wir sind jetzt soweit fertig, haben eine Kleinigkeit gefrühstückt, hatten uns gestern im Supermarkt so Sandwich und so ein Blueberry-Muffin geholt. Und gleich werden wir abgeholt und machen eine ganztägige Stadtrundfahrt, sehr individuell, mit einer Gruppe bis maximal acht Personen. Das hatten wir im Vorfeld schon vor etwas längerer Zeit angefragt, weil ich das im Internet gefunden hatte. Und da hatte mir der Jörg, so heißt er, geschrieben, dass er das leider so noch nicht sagen kann, weil er wohl samt auch seiner Fahrzeuge, die da eingesetzt werden, immer bereitsteht, wenn hier diese großen Waldbrände sind oder so, dann helfen die da wohl irgendwie. Und da er dann gesagt hat, er kann das zu dem Zeitpunkt natürlich nicht abschätzen, wie die Situation dann um diese Jahreszeit dann sein wird, haben wir gesagt, okay, wir warten ab und wir machen das auch ganz kurzfristig. Ja, und kürzlich, als wir gerade auf Cruise waren, kam dann die Mail, dass das alles klappt. Ja, und da sind wir jetzt ganz gespannt. Da gibt es dann gleich wirklich so all die ganzen Highlights, die man mit Los Angeles verbindet, wie das Hollywood-Sign, Walk of Fame und so weiter. Aber eben auch so Sachen, wo wir wahrscheinlich selber gar nicht so schnell drauf gekommen wären, wie wohl die erste Feuerwehrwache und so weiter, was da alles so steht. Ja, wir sind ganz gespannt, auf jeden Fall nach dem tollen Eindruck von gestern vom Santa Monica Pier und überhaupt dort die ganze Umgebung, ja, sind wir jetzt in freudiger Erwartung, was jetzt wohl kommt. Und euch nehmen wir natürlich wieder mit. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.